Ich habe gehofft, dass ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit eine Unterstützung durchs Unternehmer-Gründerprogramm kriege, kurz UGB. Grundvoraussetzung dafür ist, dass man arbeitslos ist. Das bin ich auf jeden Fall. Und unter der Voraussetzung würde ich bis zu sechs Monaten Unterstützung, idealfalls sogar bis zu neun Monaten, in Höhe des Arbeitslosengeldes erhalten. So wie ich es jetzt verstanden habe, ist das allerdings in erster Linie Option für Menschen, die arbeitslos sind und die sich überlegen, diesen Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Unterstützung ist dann in der Form, dass Sie Beratungsleistungen bekommen durch das Bid, beziehungsweise diese Geldleistung. In der Zeit dürfen Sie gerade zu Beginn noch keine Einkünfte haben, beziehungsweise nur maximal 400 Euro verdienen. Das ist ein Betrag, da komme ich gerade ein bisschen drüber, wenn meine Einkünfte als Lektor einer Fachhochschule. Und Fazit ist für mich eine tolle Möglichkeit. Für mich leider nein, für mich heißt es voller Kaltstart.